Was ist der Schäker Kleiderbögel? Im Laufe unseres Shaker Experience habe ich ihn neben anderen Gebrauchsgegenständen der Shaker auch gefertigt. Er ist mir sehr ans Herz gewachsen, weil ich ihn aus sehr schönen Hölzern mache, die teilweise sehr verwachsen sind, die ich im Möbelbau nicht gebrauchen kann. Aber die Arbeit kommt anschließend. Es ist das viele Schleifen, bis diese schöne handschmeichlerische Form entstanden ist. Nach den vielen Schleifvorgängen behandle ich den Kleiderbögel mit Schellack. Und dabei kommt die fantastische Maserung, die Wirbel, die Schönheit, die Kontraste im Holz kommen besonders gut heraus. Ein Lederwand wird eingefädelt und fertig ist der Kleiderbügel. Ein eigentlich kleines Designobjekt, was die Philosophie der Shaker widerspiegelt und eigentlich an jede Shakerleiste gehört. Also, wenn ihr bei uns Shakerleisten bestellt, nehmt einen Kleiderbügel dazu. Der geht nie wieder kaputt. Und ist schön. Für immer. Dankeschön.